Hi Leute! In dem Video geht es darum, wie du Schicksalsschläge, seien es einschneidende Erlebnisse oder ähnliches ein Unfall, Trennung überwindest und wie du gestärkt daraus gehen kannst und wie du ganz anders mit solchen Situationen als gewöhnlich umgehen kannst. Okay, und zwar möchte ich heute auf dieses Thema Schicksalsschläge, Lebensereignisse eingehen. Und vielleicht kennst du selber von dir, es ist irgendwas passiert, ein Ereignis, es hat dich total aus der Bahn geworfen oder ähnliches. Sei es eben ein Unfall, sei es eine Trennung, sei es, dass du einen Job verloren hast oder sonst was. Und das hat dich extrem vielleicht wütend gemacht, traurig oder sonst was. Und wenn du dir das mal anschaust, ist es super wichtig zu verstehen, dass Ereignisse im Äußeren nur was auslösen, was in einem passiert, aber es ist nie das Ereignis selber, das irgendwie schlecht ist, das gut ist oder sonst was. Es ist immer die Bewertung dabei und wie man damit umgeht. Am Ende ist es nämlich immer so, dass umso bewusster du wirst, umso mehr merkst du, hey, okay, ich bestimme und kann mich entscheiden, wie ich auf eine Situation reagiere, was für Emotionen das in mir auslöst, kann ich bestimmen. Ein schönes Beispiel ist da zum Beispiel ein Fußballspiel, es fällt ein Tor und dann hast du einen, der freut sich. Dann hast du den nächsten Menschen, der ist so neutral und dann hast du einen anderen Menschen, den macht es wütend. Ein Ereignis, drei Reaktionen. Der eine war wahrscheinlich Fan von der Mannschaft, die ein Tor geschossen hat, der andere interessiert sich vielleicht gar nicht für Fußball. Und der dritte war vermutlich Fan von anderen Mannschaften, die das Tor bekommen haben. Und genauso klingt jetzt vielleicht im ersten Moment, wenn man das jetzt überträgt, noch ein bisschen herausfordernd für einen, wenn man jetzt gerade sieht, okay, weiß nicht, ich habe mich nach 20 Jahren getrennt und man ist total am Boden oder man hat einen Unfall und kann nicht mehr laufen, zum Beispiel, was passieren kann. Wie kann ich dann gut drauf sein? Wenn du wirklich bewusst reagierst auf die Situation und dir anschaust, hey, was kann ich jetzt machen? Was ist das für ein Gewinn für mich? So, es ist immer das, wie du drauf reagierst auf die Situation, auch wenn das erstmal schwer erscheint. Ich werde mal unten drunter, wenn ich das Video finde, verlinken von einem Menschen, da bin ich vor einiger Zeit mal drauf gestoßen, der keine Arme und keine Beine mehr hat, der sich dann auch gefragt hat, ja, strak depressiv geworden ist und sich gefragt hat, hey, was hat mein Leben überhaupt noch für einen Sinn, der aber einen Sinn darin gefunden hat und der heute glücklich lebt. Und es ist immer nur das, was man daraus macht. Und ein erster Schritt ist halt erstmal die Situation zu akzeptieren, wie sie ist und das erstmal irgendwie zu bewerten. Und wenn man sich einfach mal anschaut, okay, wie ist jetzt die Situation? Was ist es jetzt wirklich und nicht, die man sehen möchte? Und es erstmal annimmt, dass es so ist. Das heißt nicht, dass man es irgendwie super toll finden muss erstmal, sondern erstmal annimmt, dass so ist die Situation. Erstmal diese Emotionen, die zuerst auch als erste Reaktion dann oft hochkommen, erstmal zulässt, die erstmal da sein lässt und das mal ganz neutral, in Anführungszeichen, zu beobachten, zu schauen, hey, okay, löst irgendwie eine Enge in der Brust aus, was löst es für Gefühle aus? Und da einfach mal rein spüren, so, ah, ist interessant, okay, im Körper fühlt sich das so und so an. Erstmal, ja, da ein bisschen Abstand von nehmen, aber es einfach zulassen und annehmen und beobachten, ganz neutral, ohne das zu bewerten. Das ist so ein Prozess. Umso öfter man das macht, umso bewusster man das macht, umso leichter wird's und umso mehr merkt man, dass man immer mehr die Kontrolle über sein Leben gewinnt. Und irgendwann gewinnt man dadurch halt wirklich eine Freiheit. Und das ist eine wirkliche Freiheit, die, egal was passiert im Äußeren, dass man glücklich ist in dem Moment trotzdem. Und das ist einfach unbezahlbar. Weil meistens ist das Glück von den meisten Menschen so labil, es muss nur mal ein Ereignis passieren, das irgendwie nicht in die Spur passt. Und dann bricht das Ganze zusammen, das ganze Kartenhaus. Wenn du dir aber eine stabile Basis legst und immer bewusst beobachtest, okay, wie reagiere ich? Und dir jeden Moment bewusst wirst, hey, es ist meine Sache, wie ich darauf reagiere. Ich kann das jetzt als Glück sehen und schauen, hey, was habe ich dadurch für einen Gewinn? Was habe ich dadurch für eine Möglichkeit? Selbst wenn ich danach nicht mehr laufen kann. Vielleicht habe ich sonst so viel Sport gemacht, dass andere Dinge, die ich eigentlich auch gern gemacht habe, auf der Strecke geblieben sind. Vielleicht kann ich jetzt anfangen zu schreiben, mich kreativ auszulassen. Was auch immer. Das sein mag. Aber dann ist es immer die eigene Reaktion. Immer die Eigenverantwortung gehen. Also diese Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, hey, ich kann jetzt verzweifeln einfach und es bringt niemanden weiter. Ich fühle mich nicht gut. Für keinen in meinem Umfeld ist es angenehm. Oder, hey, was kann ich daraus lernen? Auch wenn es eine noch so bescheuerte Situation sein mag. Wie gesagt, schaut euch gerne mal das Video an. Ich werde es verlinken. Ich hoffe, ich finde es. Und das ist halt der wichtige Punkt, dass du dir immer bewusst machst, hey, ich bin dafür verantwortlich. Ich kann entscheiden. Ich habe die Freiheit. Ich kann entscheiden, wie ich mich fühle. Und bin nicht von äußeren Ereignissen hin und her geworfen. Seien die positiv oder negativ, in Anführungszeichen. Sondern ich bestimme über mein Leben, wie ich mich fühle. Und mache dann das, was sinnvoll ist, was ich machen möchte. Das, was ich wirklich machen möchte. Tja, das ist ein super wichtiger Punkt. Und wie du dieses Bewusstsein aufbauen kannst, ist halt zum Beispiel einmal, dass du Atemübungen jeden Tag integrierst. Atem hat halt auch eine extreme Wirkung. Zum Beispiel Spezialeinheiten werden extra so ausgebildet, dass, wenn sie in Extremsituationen sind, wo extreme Sachen passieren, das sind die gewissen Atemtechniken anwenden, bewusst einatmen, kurz halten, gleiche Zeit wieder bewusst ausatmen. Und dadurch können sie reagieren, wie sie reagieren müssen und wie es halt gerade sinnvoll ist. Und das ist der Punkt. Du kannst Atemtechniken anwenden. Du kannst verschiedene Körperübungen machen, wodurch du dieses Bewusstsein immer mehr Schritt für Schritt aufbaust. Das Wichtige ist einfach hinzuschauen, nicht wegzuschauen. So, das Schlimmste, was du machen kannst, ist die Realität zu ignorieren und dir in deinem Kopf irgendeine Gedankenwelt aufzubauen. Dann lebst du in deinem Kopf und nicht in der Realität. Und dann ist es nur Glückssache, in welche Richtung das Leben läuft und wie man sich fühlt dabei. Egal, was passiert. Ein glückliches Leben ist nicht abhängig und ein gutes Leben, intensives Leben, ist nicht abhängig davon, was passiert. Überhaupt nicht. Wenn du dir irgendwie die Leute anschaust, wenn du dir Jesus anschaust, wenn du dir Buddha anschaust, sonst wen. Jesus, würdest du das als erfolgreiches Leben bezeichnen so? Hat vielleicht zwölf Leute um sich geschart, so einer hat ihn auch noch verraten, dann wurde er an einem Kreuz genagelt. Und so erfolgreich war das Leben nicht wirklich. Das, was wir feiern dabei, das, was die Menschen dabei schätzen, ist, wie er durch diese ganzen Sachen durchgegangen ist. Und das ist nämlich auch der Punkt. Wie fühlst du dich dabei? Wie gehst du durch das Ganze? Dass du nicht zermürbt wirst von diesen ganzen Sachen, sondern diese ganzen Sachen, auch wenn sie noch so tragisch erscheinen, für dich trotzdem eine gute Erfahrung sein können. So paradox das manchmal klingen mag. Ja, entweder lernst du diese Balance aufzubauen und wirklich bei dir selber zu schauen, innerlich zu schauen und diese Wellen des Lebens, auch wenn es eine Riesenwelle sein mag, zu reiten oder du wirst davon mitgenommen. So, das ist der Punkt. Und du kannst dich entscheiden mit jedem Tag, wo du bewusst hinschaust oder nicht. Und wo du bewusst wahrnimmst, hey, du hast die Wahl. Du hast die Wahl, wie du auf so ein Ereignis reagierst. Und wenn du das Ganze kennst und vermutlich jeder so ein Ereignis, dann schreib mal unten drunter, was es bei dir war und was dir eventuell dabei geholfen hat, dieses Bewusstsein aufzubauen, zu merken, hey, ich habe die Wahl, wie ich darauf reagiere. Wird mich super interessieren. Und ansonsten, wenn dir das Video weitergefallen hat, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche dir einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.